So, hier ist er wieder der Rhein. Jetzt haben wir ihn lang vermisst, seit wir ihn in der Schweiz hinter Rhein verlassen haben, wo er dann wirklich auch herkommt, entspringt, fließt er jetzt hier groß und breit in einem Betonbett unter uns vorbei und wir schleichen uns und mir nichts, dir nichts, einfach nach Deutschland ein. Da vorne ist die Flagge und da fahren wir jetzt hin. Ich erinnere mich noch neun Jahre zuvor, war hier noch kein Radweg so schön mit Bänken und alles sehr schön gemacht. Da vorne ist die Flagge, so ein bisschen ganz schlöde. Nirgendwo hat man gesehen, dass in Frankreich hier nach Deutschland geht. Verstehe ich auch, hier gibt es legendäre Kanonen, die im Zweiten Weltkrieg gekämpft haben, vergeblich. Müssen wirklich auch schon blöde Bilder gewesen sein. Wir Deutschen waren schon ein schlimmes Volk und sowas soll sich nicht mehr wiederholen. Und jetzt sind wir drinnen im Tetschland. Das war der Rhein-Kanal übrigens gerade. Und das Rhein-Abwärts. Jawohl, wir sind wieder da.